Drei Jungen retten Trump. Ein Mountainbike, ein Smartphone und ein Staatsbegräbnis. Drei fröhliche Knaben spazierten vergnügt durch die belebten Straßen von Washington, als plötzlich ihr Spaziergang je unterbrochen wurde. Sie sahen am Ufer eines Flusses einen Mann verzweifelt um Hilfe rufen, da er zu ertrinken drohte. Ohne zu zögern sprangen die mutigen Jungen ins Wasser und zogen den Mann ans rettende Ufer. Dort stellte sich heraus, dass der Gerettete niemand Geringeres als Donald Trump höchstpersönlich war. Der Präsident bedankte sich herzlich bei den tapferen Knaben und versprach jedem von ihnen die Erfüllung eines Wunsches. Der erste Junge, überglücklich und strahlend vor Freude, machte seinen Wunsch bekannt. Ich hätte gern ein brandneues Mountainbike. Donald Trump nickte gnädig, kein Problem, morgen wird mein Sekretär dich zum Fahrradhändler begleiten, um dein Wunschrade zu erfüllen. Der zweite Junge war sichtlich aufgeregt und verkündete eifrig, ich wünsche mir das neueste Smartphone auf dem Markt. Der Präsident lächelte und versprach, morgen wird mein Sekretär auch mit dir zum Technikladen gehen, um deinen Wunsch zu erfüllen. Dann kam der dritte Junge an die Reihe. Er schaute nachdenklich zu Donald Trump und sagte schließlich mit einem geheimnisvollen Funkeln in den Augen, ich wünsche mir ein Staatsbegräbnis. Verwirrt und überrascht schaute der Präsident den Jungen an. Warum ein Staatsbegräbnis? Du bist doch viel zu jung, um über solch düstere Dinge nachzudenken. Der Junge antwortete mit einem verschmitzten Grinsen. Nun ja, Mr. Präsident, ich fürchte, wenn mein Vater herausfindet, dass ich sie aus dem Fluss gerettet habe, wird er mich umbringen.